Wir haben hier wird geworfen. Oh, Granate! Das ist jetzt mindestens schon meine... ...dritte Predator. Predator? Ma, ich muss nachladen. Ich hatte keine Muni mehr. Ja. Nicht nachladen. Ich hatte auch keine Muni mehr. Ich hab immer wieder Muni. Meine Mutter hat Muni. Meine Mutter hat Muni. Sieh aus, ja. Jetzt holen sie Akimbo raus. Ja, dann. Jetzt machen sie campen. Ja, jetzt verpisst euch mit deinem Scheiß... Hier. Ne? Fällt mir nicht hier. Du. Asi. Aslak, du. Ah, ah, ah! Na, Arschlag. Konterdole. Konterdole. Oh. Mann! Ich kann jetzt gleich fünfmal eigene Marken einsam mal an den Platz. Jetzt verpisst dich doch! Nein. Computer sagt nein. Nö. NW3 sagt nein. 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 NW3 spielt auch mit P90. Nö. NW3 spielt auch mit P90. NW3 spielt Jack in Mara mittlerweile auch mit P90? Nö. Ich hab echt ne ekelhafte KD. Ich spiel doch nicht alle mit P90. Aber ich werde immer mit P90 getötet. Ja. Das kann gut sein. Das ist doch die Ausnahme. Das kann doch nicht sein. Warum sie hinnehmen? Ich kann dauernd nicht sie nicht. Mann. Nö. 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 Morooren May Goddardy. Nö. 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 Zitouch! Nö. Oh, ich sterbe gerade an… Party oben ist einer! Kommtt aumentar! Cool pack! schweiß kein Scamp des Office Reg 막 meiner hier lang! Scamp애 ins Camper Cay. Ich bin Scampgang! und schon als Mann neuer Versuchte den Heli mit fmg-nöder Kimmel zu da sind viele Recken was Beuschen nach ihm werfen 4 p.m. Stier irgendwie vor meiner Runde irgendwie nicht meine Runde nicht wirklich ich habe nämlich noch einen zweiten Helikopter im Vorrat ja, den ganzen, möchtest du das, möchtest du noch öfters erwähnen? Lass mich schlecht schneiden, Loll hat's nicht gut schneiden? Ne, gut schneiden wir aus haben sie es nicht mehr da ich muss den mitnehmen, was du da kriegst oh, oh ich schau mal verbesserte Aufklärungsdronen raus ich will auch und zweiter Helikopter ich will auch, ich habe sie auch gemacht mann jetzt habe ich den noch mit der Digi getötet süß auch Predator die Videon geht jetzt alle mit dem Gebäude trinken ah mann warum kommen denn noch so viele hinterher? nein tut mir sorry oh nicht mit Mann scheiß mit Materium leck mich doch nicht lecken Spiel atten den da war eine Enter ist ok ich weiß sie wollen mich nicht 3 3 wow lol Alter ich hasse es wenn das auch da gestört ist Aua ich auch Maa Alter kennt der da Ich freue mich über jeden einzelnen Tod von euch Weiß ich weiß nicht dass ich nicht allein bin Nein Erro hat den letzten scheiß Glück gemacht Boah 718 ey jetzt müssen wir mal ein Match haben wo ich auch mal vernünftig spiele Also ich spiele vernünftig mit 42 11 Bamm Ja wo schießt du ihn hin ja der Arme Möchtest du es dir kein paar da mehr wird Guck mal hier 42 11 Junge 718 ey Äh 20 Ne was da will ich 15 19 bläh 20 12 20 12 oh mein Gott das ist ein Zeichen MW3 teilt es auch Meter 20 12 die beiden MW3 teilt es ja die Welt unter also Mein Call of Duty grundsätzlich Ja stimmt jedes Mal am 9. November Ja Aber es ist dann nicht MW3 sondern die Call of Duty Serie aber hey Who cares Ja eben Ich geh jetzt mal unter Geh jetzt mal ein bisschen mehr Und jetzt auch mit dem Rechtsstreit mit von Activision und diese anderen kleinen scheiß Wer war da Hoffentlich geht Activision pleite ja Ja So diesmal möchte ich bitte mit einem 20 0 abschließen Oh 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 Ne 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 ich spiel kein Sohnunterstand Ich spiel lieber Bootleg Team Lab Ok dann mach ich mit Dann mach ich mit Ne 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 ich hab ich auf uns äh genommen Willst du mich umbringen Ja will ich Oh ja Nein Nein Fx1 Freaky 0 Noch So und wie ihr weißt mich auf dieser Match einfach grandios Mh Ach komm Nichts sagen hätte auch gereicht Ne das geht ja nicht Ne gut Ich bin Kommentator und er ist jetzt Player Wir beide könnten unsere Fresse nicht halten Das wirst du echt verflinken Wenn ich jetzt Plane echt den ganzen Tag durchziehe in der Schule zum Beispiel Und da läuft ich auch Und da läuft auch noch ein Tor Nimm da langsam die Kreide auf Ja er nimmt sich keiner er denkt Ja Und oh das Ergebnis ist falsch Da ist ein Aun Da ist ein Aun Na piss nicht Du Arschloch Nicht Geht einfach nur Boah jetzt würde ich mit ner Wie einfach nur schießt Hatte überhaupt Hemmungen Wo Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin lang geschossen Hilfe Und hinten hier bitte ich Mehr Geh aus der Ecke raus Geh aus der Ecke raus Wird noch einer Ja Zu viele Gegner auch einfach Ja ist klar Zwei reichen dir eigentlich Da kann man doch schickt mal noch einen Tag hinterher Oho Ich fühl mich hier wie so ne Eilis Alter Ne ich treff nicht ich treff nicht Oh Gott Ich bin tot Ich bin tot Oh jetzt Endlich Ersten Kill Nein Statt zu FNG9 zu wechseln Wechselt mein Typ einfach zwei Mal und nimmt wieder die andere Waffe die leer ist gut Oh ok Ja hallo Ey Wie gehen die denn ab? Lol Freaky Lol Ja Achso Ja mit G18 Na Kembo Du Doobie Ich sehe auf dieser Map keine andere Option für mich zu überleben Ah Erstmal so Sag mal Ich seh die Gegner nie Ich werd dafür mal angeschossen aus irgendwelchen Richtungen Gott ich weiß aber auf dieser Map Auf dieser Map auch nur die Hälfte meiner FPS Vielleicht weil es regnet Jetzt hab ich wieder 60 Jetzt wo du angefangen hast zu reden Deine Stimme die Ja ist klar Me 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 Boah Alter wartet der da Boah Alter wartet der da Jungs ich hab das Leid bei ich kann nicht so schnell Schau mal auf klopfen Das ist ja auch nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich bin fest Aber hast du den Mann Alter Ich kann nicht so schnell zielen Das ist doch nicht mehr normal Nennt man Quick Draw Der kann nicht mehr Der kann nicht mehr Der Mann da schnell ziehen wir in der deutschen Version Ja ist ok Ich hab verstanden Ich soll da nicht hin Ja Oh stellt mir eigentlich beide am Diese scheiß Pink Buzzy Unicorn Er geht mir auf den Piss Was für'n Der Pinke oder sonst wie ich hier einhorn Aha Jetzt hab ich sogar noch vom Pappelwesen getötet Ja Nicht mit mir So Och Jackmeiner kann nur messern Oh Alter Ich will dir ein ehrliches Quickscope Duell machen Falls du das nachher siehst Ja Aber nein Aber nein ne Dann will er nicht Ich renne vor Ich renne vor Ich bin tot Stirb nicht Er geht mir sowas Ja Danke Da ist jemand in meine Kiste gekuschelt Ich bin Esther Das hilft mich nicht Ha Ha Ja Ja Aber ich jetzt mal ein bisschen ohne hier Tod Nein Ey das sind da drei Leute Ich kill gar keiner und kriegt von hinten Ich krieg das immer von hinten Komisch Drei Leute nur kriegst von hinten Das klingt ein bisschen falsch Wo die hoppt denn der ey Jackmeiner scheiß Quickscope Oh no Scope Oh no Scope Ich bin noch einer Oh Schön gemacht Alex Ja Alter Ja 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 Ich habe ihn habe mein Aufgaben hören ich lås die gleich mal los Oh Doubel Headgebot Deine Versichung Ah, das da kommen 2 Bunnyhopper an das ist doch lächerlich Ja ey Dead 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 Dafür würdest du ja wahrscheinlich keinen Copyright Strike bekommen Nein können weil die Musik an die sich der Welt weiterkommen ich kriege sogar noch Geld dafür dass es schlecht gemacht wurde die Ehe und ich bin da mal die Elf für dich haben welcher Paul die Munition aufgenommen wird die auch ab er ist wieder ausreden werden und haben wir besser sein kann zu das war da er wurde an einem nein die Witze kommen jetzt gar nicht gut ich habe keine Gäste markieren es ruckelt es ruckelt in der Nacht so dunkel ist es jetzt auch nicht ich fliege jetzt einfach mal durch die Gänge mit der Aufklärungsdrohne ist so ein bisschen aggressiv rangehen aber naja ja du machst es ja ja was macht ihr da eigentlich mit Shuffle ey ich hab den kurz mal umgebracht ja und ihr ihr beide chillt da ja das ausgubt er weg nein boah freak ich check mal mit seiner scheiß second boah das ist so ein scheiß perk ist das doch jungens ich spiel hier mit einer Einzelschusswaffe ja das ist trotzdem ich weiß na und gibt ja kein abgültig einster Format das war ich noch das war wichtig die Art im Euro die Nürnberg nicht mehr ich will ich bin als Erfolger nicht in der Zwischenzeit markiert er ist nicht so gleich vorbei und ich weiß nicht mehrmals so wird es nicht mehr zückel nein weg mich ehrlich hängt er gerade in mir ja dass ich die gerade in der luft also ich habe nämlich das ist ich habe nicht einen schuss hat gesessen ist auch gut und trotz dass ich mit sniper gespielt habe bin ich positiv positiv jetzt schrecklich tut mir leid für dich sowas macht man keine witze ja das ist ein sehr ernstes thema bei dir gibt es die ausnahme nein nur ich darf so welche witze machen und dann auch nur bei dir oder bei oder bei wem bei peter raffay keine ahnung ross tukoski da darfst du bitte reißen ross tukoski war dieser typ der kinderlieder gemacht hat der meine kinder die kinder kindheit zerstört hat deswegen bist du jetzt player geworden ja haben wir mit diesem m mmonic da nicht schon mal gespielt mit blau waschbube dazu keine ahnung ein blau waschbube blau waschbube kommen denn nicht mehr jungfrau machen er hat auch einer spongebildetrik dann haben wir was ja der gegner denn der fliegelordner er ist ob wir immer in der mich der wie jones mit das was jetzt das war eine Tastaturbrett das ich eingehackt hat so ich will irgendjemand irgendwo so geschlagen das war gestern gut ja äh ja ähm nicht so gut also fick dich doch ehrlich Starter! oh ja get owned meine ahhh ich hab so skill lol ich kann an der Seite er sagt er hat so skill und wird getötet ich lebe noch ey ich bin ja zwei leute ok jetzt war ich getötet weil das war auch fair alles von einem Ende nur der LPN hat zwei komm Geilloch trau nicht komm jetzt her du Sack ja ich hab dir deinen Arsch gerettet dein Babyarsch nicht wie Popo, ja Konterdrohne in der Luft, sie sind blind oh sie sind blind, oh mein Gott wir sind blind wir sind blind wo seid hin? Geh doch, ist der Sau-Sack 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 meiner mal gucken, mal gucken wie gut snipen mit ACOG geht Pfff Explosiv-Göder in der Luft ja was? auf